Okay, erstmal aufladen. Wir sind da links gegangen, das heißt, wir sind auch dann links da. Oh man, in Lavagna können wir nach unten gehen und wir können jetzt hier noch weiter laufen. So, was habt ihr denn hier? Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. So. Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Geräusch, das nur Pokémon hören können. Ich bin von Fuxania City aus auf dem Radweg hinaufgefahren. Oh, schön. Der sieht böse aus. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Quapo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einen Quapuzzi, einen Wasserstein, gab. Diese. Quapo, Quapo. Tipps für Trainer. X-Treffer erhöht die Genauigkeit von Attacken. Angriffsplus erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Diese Items kannst du im Einkaufszentrum von Fuxania City kaufen. Oh, ein alter Mann. Die Stadt der Regenbogenträume. Mhm. Das sieht nach dem Einkaufszentrum aus hier. Nee, sie ist eine Villa. Okay. Oh, das ist der Markt. Okay. Sogar zwei Eingänge. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Das war eine sehr weibliche Stimme. Ich habe Smargon auf der Zinnova-Insel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Ja. Pass up. Oh, das ist eine Arena. Mist, ich habe alles verpeilt? Nee, verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Rocket-Spielhalle. Ein Spielplatz für Erwachsene. Tausche Münzen gegen Preise. Wechselstube. Ist das für die riesige Stadt? Tipps für Trainer. Megablock schützt Pokémon vor Spezialattacken wie Feuer- oder Wasserattacken. Diese Items kannst du im Einkaufszentrum. Bla, bla, bla. Okay. Da muss ich gerade mal hier in die Spielhalle rein. Okay, in Gold ist hier eine andere Musik. Gefällt mir aber auch besser. Weil die Musik ist, äh, so voll herausfordernd, so die Geiles. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ups, ich habe den Münzkopf vergessen. Äh, den kann man, glaube ich, hier irgendwo kaufen, ne? Was ist mit dir? Ach, Spielhalle. Du nötigst Spielwürzen. LZ 50 Münzen, okay. Äh, ah. Ein Münzkorb. Du kriegst den her, kriegst den bei dir? Nebenan kannst du deine Münz gegen Preise entauschen. Mann, ich will Münzkopf haben. Pst, hör mir zu. Man sagt, jetzt die Spielhalle gehöre zu dem Rocket. Ja, deswegen heißt sie auch Rocket Spielhalle. Möchtest du auch spielen, Junge? Ups, ich habe den Münzkopf vergessen. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Okay. Hey! Du hast Wichtigeres zu tun, Champion, in Späh. Die Arenaleiterin von Prismaner City heißt Erika. Erika! Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Oh, können wir verbrennen. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Ah, vielleicht können wir dann das Bisasam haben. Herrlich, das macht Spaß. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja, das ist schön, dass sie darauf hinweisen. Ich glaube, schon mit dem Quatsch. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Ups, ich habe den Münzkopf vergessen. So, hier oben war noch einer, der ist bestimmt pisst. Verschwinde von dem Prostar oder ich muss... Das kann man auch bestimmt gut anzünden. Weil der macht wieder Hyperzahn, ne? Ich habe keine Hyperzahn, das ist gut. Halt, stopp! So, was hat er noch? Oh, der verrechnet mit 25. Sehr schön. Zubat. Nein, ich möchte nicht wechseln. Nein, das ist so. Du, 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 du. Du, Tauber. Ich versuch mal Kratzfuhre hier. Nice. Mist! Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. So. Was ist das für ein Poster? Seltsam. Hinter dem Poster ist ein Schalter. Wart sehen. Guck mal. Guck mal. Ganz schlimme Musik. Ähm, gut. Ich hätte gerne einen Porygon. Aber ich habe kein Glück an den Armigan-Banditen. Ich hatte heute eine Glückssträhne. Mega-Münzkorb. Ja, wo kriege ich den denn her? Okay, da will ich nicht hin. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Was starrst du mich so an? Das ist ja gut. Psst. Unter der Spielhalle befindet sich ein Keller. Ich weiß, da war ich gerade eben ganz kurz drin. Ja, lacht mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier. Das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ah. Wir kriegen das bestimmt in den Dings. Oh, der hat ein Schiffchen aufgehabt. So, so Kochschiffchen. Tschüss. So, wir gehen jetzt erstmal hier oben in den Poké-Sender. Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen die Stadt hier abklappern. Dann muss ich das das nächste Mal nicht mehr machen. Ich lege die ab und tue die dann das nächste Mal verkaufen im Markt. Ähm. Ähm. Ja, ja. Ähm. 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 Mondstein. Ähm. Sonderbonbonbon. Sonderbonbonbon. So. Ich möchte gerne den Münzkopf. Da kann ich gleich noch ein Röntgen zocken. So. Da unten rechts der Mann hat ein Schiffchen auf. Ja. Lach mich und blablabla. Bla. Bla. Schiffskopf. Sehr schön. Mampf. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich oft zur Drogerie und kaufe Drogen. Hallo. Wir machen gerade eine Pause. Okay. Schenke dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Hm. Boss. Wir haben gerade 20.000. 2.000 Pokémon als Preise versandt. Na. Mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine gräulende Nase. Eine Plastik, die Dicta darstellt. Ich dachte, das wären Pokale oder so. Ja, hier ist noch ein Häuschen. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Pokécenter. Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Busmania City ist wunderschön. Das ist eine Zugstation. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Oh. Da ist wer verliebt. Komisches Hotel. Das war zu offensichtlich. So, was haben wir hier noch? Warum? Warum fehlt da ein Baum? Das macht keinen Sinn. Okay. Die Häuser haben wir schon. Da drüben kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich hier unten rum. Ja, wo aber... So, an den Markt gehe ich erst beim nächsten Mal. Das heißt... Ah, hier war noch nichts drin. Ne, wir gehen jetzt erstmal zocken. So, die wollten nur alle Münzen geben, ne? Äh, jetzt bin ich abhängig. Hier nehme ich ein paar Münzen. Dankeschön. Und wie gesagt, wir brauchen ein paar Münzen. Das sind hier durchschnorren. Dann bin ich wieder unheimlich. Ich bin schneller abhängig. Okay. Dann bin ich wieder so ein schönes Spiel. Das ist Erika. Bla. Schätzen. Ne, Spaß. Hier drüben war noch einer, meine ich. Möchtest du spielen, Junge? Zehn Münzen. Ich spiel mir zu. Ich spiel mir zu. Ich spiel mir da. 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 So. In Gold waren hier zwei verschiedene, ähm... Äh... Zwei verschiedene Automaten. Einmal halt eine Amiga Manet. Und dann gab es noch, so roulette-mäßig war das irgendwie. Eine andere Woche... Ja, ich möchte spielen. Ah, sowas... Oh. Äh... Ich möchte gerne drei setzen. Weil dann haben wir bessere Chancen. Okay. Okay, vielleicht beim nächsten Mal. Weil wenn wir drei setzen, dann dürfen wir auch diagonal und sowas machen. Und wenn wir einsetzen, dann muss das genau in der Mitte eine Reihe sein. Ja, ich möchte gerne nochmal. Aber ich werde mal wissen, ob es hier auch so Special-Dinger gibt, weil da war dann manchmal, dass irgendwie so Steine von oben runtergefallen sind und dann nochmal das letzte Rad weiter gedreht haben. Hm. Super! Sechs Münzen. Äh, acht Münzen. Komm, eine Runde machen wir noch. Okay. Ne. Dann will ich mal gucken... Was ist das? Ist das auch ein... Auch ein Einarmiger? Auch ein Einarmiger? Auch ein Einarmiger? Okay, das gibt's ja anscheinend nur einarmige Banditen. Äh, gut. Jetzt ist die Frage... Ähm, genau. Wir gehen jetzt erstmal hier oben in die Villa. Also an die Villa dran. Und dann werde ich mich verabschieden. So. Speichern. So. Und zwar werde ich jetzt schon mal sagen, beim nächsten Mal, äh, werden wir hier die Villa besuchen. Danach gehen wir in den riesigen Supermarkt und danach besuchen wir die, ähm, das Team Rocket im Keller der Spielhalle. Das ist so der Plan fürs nächste Mal. Genau. Gut. Dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!